Hallo? Hallo? Seid ihr schon da? Oh! Heyo Leute! Willkommen zurück! Oh, hi there! Ja! Willkommen zurück zur Zeitut! Mit mir, Wirti! Oh! Und, äh, Headkid! Oh! Ähm... Wir haben uns dazu entschieden, unsere... Zeitstücke zurückzuholen. Nein, im Grunde sind es unsere. Wir haben sie geholt. Wir wollten das Geld nicht und sie hat es uns trotzdem gegeben. Also... An sich war das ein Geschenk natürlich. Und dem her... ...wenn ich natürlich einfach mal... ...rein gehen. Ja, hallo! Schön! Oh, so viel Geld, Leute! Sagen wir, wir... Wir nehmen uns jetzt unsere... unseren rechtfertigen Verdienst wieder und... Ich mein, das ist ja... ...unsers... ...gewesen. Nein, nicht gewesen. Das ist halt unsers. Die haben das von Anfang an... ...haben ja die... Ja, die haben wir theoretisch verloren. Also... Nehmen wir die uns auch. Na? Du hast all deine Zeitstücke zurückgestohlen. Du steckst sie in deine Tasche zur sicheren Aufbewahrung. Ja, und... Ich würde sagen... Zurück zum Ab! Ähm... Jetzt müssen wir eigentlich nur noch... Naja... ...durch die Tür gehen, die verschlossen ist. Oh, da ist sie. Seht ihr sie? Oh-oh. 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 Mine Account. Jo, leck' wir... Jo! Hi! 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 Ich war's nicht. Hi! Hi! Oh-oh. Schnappt sie aber. Schnappt sie! Aber schnell! Äh, was? Was? Belohnung? Weg hier! Ich hab' ich gesehen, wie der Stadt ein Headclip mit dem Hut war. Oh Gott! Rush Hour! Ich würd' sagen... Gelauf! Run if you want! Hahaha! You won't get far! Was? Ich geh mal da runter. Ich geh mal da runter. Oh nein, wir sind das wieder mal. No. Oh, was? Ich frage mich, ob sie einen Sweetspot gibt. Es ist überhaupt nicht so, dass hier alles vibriert. Okay, zwei Treffer. Wir brauchen Leben. Oh. Danke. Okay, wir sind auf der Flucht. Oh Gott, was zu fick. Ich versteh' diese Sprünge teilweise nicht. Bin ich der einzige, dem's so geht? Okay. Hilf mir! Ah! Ah! Lass dich in Ruhe! Wir haben nichts getan! Das ist mein rechtwürdiges Zeug. Mein rechtes Zeug, dass ich... verloren hab. Was ist passiert? Ah ja, ich muss ja nicht... Oh. Vergessen. Ich war zu sehr im... Oh fuck. Im Rush. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Was hast du da? Nicht, was mir gefällt. Kannst du das lassen? seltsame này. should. Hehasi. Nei, ich bin es au. Oh whoa und ich den ich. Idiot. Ich werde gleich sterben, Leute. Nein. Sticker. Ja. Bleh. Oh Gott. Das ist noch etwas aufladen. Okay, ich brauche Leben. Das sind hier keine Leben, Leute. Ich habe kein Leben mehr. Hi. Ähm. Das war unfair. Hast du das gesehen? Oh mein Gott, habt ihr... Das sind Leben. Ja, wo ist sie hin? Warte hoch. Habt ihr das gesehen? Ich bin quasi in die Dinger gesprungen. Ich konnte nichts tun. Wo muss ich hin? Do you think you can run? Äh, keine Ahnung. Wann ich... Wo muss ich hin? Ketze. Oh. Das muss ich hin. So, bitte. So. Und sie sind ganz interessiert. Oh nein. Oh Katze, komm runter. Dankeschön. Nein, ich will das nicht. Schieß du mal da drauf. Super nett von dir. Was? 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 Was ist denn Fickkatz? Machst du mal das kaputt? Danke. Fällt das? Das zählt. Danke dir... Ich seh nichts. Ich will nicht dein. Dein tut weh. Also, höre ich es wahrscheinlich zumindest. Tschüss. Oh nein, 2 Millionen. Hallo Katze. Wenigstens sind die meine Freunde. Oh nein. Irgendwie habe ich gesehen. Warum kann ich die eigentlich angreifen und töten? Oh hi, Timerift. Wie geht's? Geh weg. Was? Ich springe jetzt wieder in die Menge. Wegen dem Kack. Oh. Natürlich. Ich will das nicht. Muss ich hier hin? Ah, da hin. Aber das ist kaputt. Danke. Aber das ist kaputt. Dankeschön. Machen wir das kaputt. Dankeschön. Warte. Was? Was hat er jetzt gemacht? Nein. Was? Oh mein... Ist die gerade nicht da reingelaufen und gestorben? Verdient. Oh, verdient. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Gerade hat sie beantwortet, wo ich hin muss. Oh Gott. Was? Was ist gerade passiert? Au. Was ist gerade passiert? Da geht's nicht vor. Oh. Die Fluchttunnel. Leute, jetzt sind wir auf dem Weg in unsere Freiheit. Oh, ich bin. Oh, ich muss hier runter. Ja. Geh, konnt. Geh, konnt, sag ich euch. Ist ich jetzt runter oder hoch? Ja, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Oh, nein. Oh, Gott. Was schafft. Seid ihr bereit? We see you. Nein. Es ist gar nicht, okay? Okay. Was? Geh mir den. Ja. Die Mafia. Lieb. Ja, ich muss hoch. All right. das ist nein also ob das schaden gemacht hat kommen schon leute gibt mir das er war nicht gut ich gebe es zu ich habe nicht gut gemacht fährt hier keiner wieso spawnt immer so seltsam ja ich war voll war ich voll ja das ist super cool aus so dass das kein schaden gemacht eigentlich nein wir müssen nicht nur so und ihr wisst es auch ok hoch da oh schon sind wir hier hier werden die dinger gemacht oh die lag ist gerade auf oh mein gott ist so cool wisst du was ich stelle mich einfach dazu und tue so wie eine katze wäre das klappt zeige ich euch ich bin dreckig du musst mich sauber machen ich bin aus platou geflüchtet ich danke dir kein verstecknisdicker hinter der wand hier vielleicht ja kettuber wie kann eigentlich das level hier so unglaublich cool sein und das andere so unglaublich verkackt sein oh heide yo so 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 sieh was die katze mit reingeschleppt hat komm schon tritt ein nein ja hast du gedacht du könntest denn kommen hast du wohl ganz hast dich wohl ganz schlau gefühlt kleines mädchen ich dachte ich könnte dir vertrauen dabei mache ich so selten schlechte investitionen dass du so kürig wärst mich zu bestehlen so dreist vor jemanden so klein all my fault really I should have a better eye for who I elevate alles meine schuld wirklich ich sollte mir besser überlegen wenn ich befördere du hättest eines Tages du hättest eines Tages jemand wichtiges hier sein können aber du hast mich enttäuscht und es ist an der Zeit dass ich aussahle ja oh 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 Polizei ich weiß nicht wie sie aussieht wie passend ich wollte eh gerade aussteigen ich fühle mich deutlich schwerer los als dich ich fühle mich deutlich schwerer los als dich wir sehen uns wieder du gehöre wir sehen uns wieder du gehöre wir wurden von der Polizei gerettet nice danke hey kid keine sorge ich bin von der juwelierlohnabrechnung ist etwas passiert während ich oben war der Boss sah genervt aus wie dem auch sei ich wollte dir etwas geben aber konnte den Austausch nicht machen während meine mein Kollege hier war oh mein Gott das gibt mir mein Handy grad ab lass mich kurz mal lass mich kurz auf lauter machen oh mein Gott so Entschuldigung ich weiß dass du für sie arbeitest hier übernimm du es für mich äh klar ja ja gib mir her wieso sieht das aus wie eine Katze ich nehme das Ding schnell weg hier hallo er hat gehört er hat gehört verschwunden bam 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 naja so eine coole Welt auch wenn ich mir ein Endpostfight gewünscht hätte tatsächlich das ist ja noch ziemlich viel cooler gewesen ja ich glaub das war's oder yeah ah so richtig Geld oh so schön blauf aus dem Tunnel pinke Pfotenstation Pfotenstation pinke Kanaldeckel Finale ich finde es so schade dass hier keine Beschreibung sind jetzt fehlt uns nur noch das Zeitstück das war mein nächstes Part ah wer hat er drei wir haben wieder drei yes wush nein brauche ich das lasst uns spielen yes gib mir das Zeitlupenhut rüßt rüßt mich nun einmal aus wir gucken uns an oh Leute ich würde ja sagen die die Flugzeuge fliegen definitiv rum und uns alle zu vergiften das sind Camtras sorry Camtras glaubt mir ich hab einen Aluhut auf wenn ich keine Wahrheiten erzähle wie er sonst oh 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 ja wahrscheinlich ist sie oder ihn ich liebe sie dann gehen wir noch kurz zurück ich will einen anderen Einwanderhut der sieht der sieht gar nicht mal so gut aus wir haben noch so einen Einwanderhut Wir könnten uns welchen kaufen, irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr wo. Er würde ich keihlos, mich umzugucken. Deswegen, deswegen. Lassen wir es einfach bleiben. Aber das war es mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.